so dass wir uns orientieren müssen wo wir sind und was wir machen können wir sind also hier haben ein kopf geldjäger mal reingucken ich würde sagen wir machen das nächste gebiet eigentlich komplett und quests oder so haben wir hier irgendwo dann machen wir das mal fertig oder jetzt geht nicht noch weil das ein level 34 bereich ist okay haben wir hier etwas noch zum erledigen nachrichten dafür 41 einmal tauchen sie alle auf nur schlachtfeldhöhle dort kann man hinschauen wir machen eine schnelle reise dann springen wir runter kassandra schöne frau So Sind jetzt einfach weg Da haben wir uns eine Tafel Auch irgendwas? Einen Schatz oder so? Muss man dann gleich den Herrn Icarus nachfragen Was da schönes gibt noch für uns Ah, die läuft mit dem Hund herum Megawiss, ok Sieht aus Und äh Spatana hat das Genau, die Spatana haben das So Neckerl Aha Oje Ein Stückchen mitnehmen Äh Aua Kamaranta Jetzt müssen wir unseren Speer Upgraden gleich wieder So Und hier müssen wir tauchen wahrscheinlich noch Ähm Okay Geht's denn nach oben irgendwo? Das wird sonst eine knappe Geschichte Oh Mann Geht das tief rein Oh oh Kassandra Das wird schlecht aus Für uns Oh Ah Okay Wie Wie Das war knapp So Ding ding Fun Nice Warte mal Einen Schatz bündern und das Rätsel lösen müssen wir hier Einen Schatz haben wir schon mal Okay Fällt nur mehr das Rätsel eigentlich ne Okay Speerstunde Okay Dann haben wir das auch abgeschlossen Na Schließen Dann kommen wir hier raus wieder Hm So Hier anscheinend nicht, oder? Dankeschön Das haben wir, das haben wir, das haben wir, wir kommen da rauf Irgendwo Keine Ahnung Das haben wir, das haben wir, wir kommen da rauf Hallo Hm Ja meine Fackeln, ne? Sieht man besser, ne? Ja Aber ruck So Ich hab ne Orientierung null, ne? Ja Wir waren da irgendwo im Wasser, ne? Da haben wir noch ein Cache gefunden Hoppala Wackel an Warum läuft das so komisch? Hm So Das ist gut raus, nicht so gut Dann haben wir das auch erkundet, ne? So So Hell wird's auch schon wieder, sehr gut Oder ist der Vollmond, das erleuchtet? Ähm Ähm Warte mal So Haben wir das? Okay Quests Haben wir da irgendwas Neues gekriegt? Das ist neu Hm 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 Marken, eben Festungen, okay Festungen müssten wir stürmen Ist das noch? Hm 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 Schauen wir mal, vielleicht ist das in der Nähe? Auf der Kalte nochmal Okay Ein Kultist ist hier unterwegs Ein Kultist ist hier unterwegs Hm Schnell die Reise Ganz schnell die Reise Ganz schnell die Reise, ne? So So Jetzt müssen wir mal schauen Was wir als erstes angehen Wieder vergessen zu markieren, ne? Ist klar Ja Da Familienwerte Was machen wir jetzt? Das ist ein roten Aha Das kann man komplett zerstören Das Gebiet Ja da Haus des Anführers Warum nicht, ne? Machen wir zuerst das Haus des Anführers Machen wir zuerst das Haus des Anführers Wollen wir ein bisschen Action haben, ne? Ui! Okay. Muss man den Herrn Icarus befragen? Au. Au. So. Okay. Ah! Na. Wollt der Icarus. So. Neuer Anführer. Ja. Blop, 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 blop. Ja. Grüß Gott. Aha. Das sind ja nur Anführer hier fast noch. Starke Gegner. Okay. Da haben wir keine Informationen. Normaler. Normaler. Nichts Besonderes. Ja. Erst ein bisschen. Den kann man ganz vergessen. Ja den Typen müssen wir eigentlich... Da ist ja auch einer. Ja. Dann Icarus. Na, go. Weißt du was zu tun ist. So. Wir schauen mal zur Steintafel rüber. Rote Note. Mhm. Hoppala. Rote Note. Mhm. Ja. 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 Na ja. 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 Verdammt. Nichts sehr elegant. Ach du Scheiße. Nee, nee. Na, ist nicht. Ich geh jetzt mal ein bisschen schlafen. Das ist ja ein wilder Haufen, ne? Müssen wir mal mit dem Icke was schauen. Das ist normal. Na, dann muss ich mich mal haben. Oh, oh. Oh. Das ist so, ne? Ich komme Richtung Süden, ne? Ne, ne. Gar nicht. Hey, Alter. Ich seh sie. Das ist jetzt ungefähr. Geh mal mit dem Schild her. Ich brauch ja nur den Typen kennen eigentlich. Und tschüss. Ist das normal? Und tschüss. Hey. Was mach ich mit dir? Na, muss ich mal durchsuchen. Was? Du weißt viel rum, Alter. Ich, ich töte dich. Hala. Verratz. Ach, nö. Der Harry Hirsch kommt. Da. Du kannst nicht fliehen. Sicher. Ist schon sichtbar. Hab dich. Ja. So. Nee, ich will den nicht. Geh weg. Sie machten da keinen Angriff, das ist ja voll scheiße. Ach du scheiße, ist der runtergeflogen, tief. Das geht zu tief, 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 das geht zu tief, das geht zu tief, das geht zu tief. Nö. Ja, jetzt haben wir was episches. Wir können uns nicht ewig ausweichen. Zum Erfehl. Mann. Arschgeie. So. Bei so einem Kopfgeld kannst du dich nicht verstecken. Und doch. Sollen dazu töten, ist so ein... Beziehungsweise. Keinein. Sollen sich. Verwinden! Oh, zeig mir was du kannst. Er ist ja gar nicht, wo es der draufkommt, ne? Warte mal, dann kann man sich da hier verstecken. So. Nein. Nein, kann man es starten? Was hat denn der so drauf? Oh, ein Leck in der. Und den müssen wir kassieren, ne? Hilft dir nix, ne? Niederschlagen. Das ist jetzt sehr ärgerlich, ne? Oh, Mann. Scheiß, die waren dann. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, wir verkalkten das nicht mit den Typen da oben. Oh, Mann. Ich will den mal rauf, da. So. Ne, klar. Ach, der hat schon eine Energie. Gar nicht. Bim, bim, bim. Bruder. Der hat schon wieder vor den, der geht. Hey, hey. Scheiß, die waren dann. Wir lassen sie nicht ankommen. Wird gemacht. Ach Gott, warum funktioniert das nicht? Arschgeige. So, weil ich keine Pfeile mehr habe. Ah, ich bin nur verrückt, ne? So. Okay. Ah. Keine Sorge. Dein Tod dauert nicht lange. Wer findest du den Tod? Hab sie entdeckt? Oh. Ja. Oh, Mann. Das ist einfach irgendeine Kletterei. Da ist sie. Oh. Tor. Tor. So leid kommst du nicht davon. Scheiße. Oh, Scheiße. Du lasst mich hinkommen. Komm. Sei doch nicht so gemein zu mir. Kommt uns nicht. Ui. Ui. Bis zum Tod. Wir finden sie. Sie kann uns nicht ewig ausweichen. Wird gemacht. So. Brauchst du Licht? Ja, ich brauche Licht. Weit kommst du nicht. Bewegung. Wir finden sie. Bin dabei. Bin dabei. Ich hoffe, das wird noch was. So. Wir haben noch so viel Energie, ne? Das ist das Problem. Ich habe jetzt noch den möchte ich schon haben, gern. Ja, den. Ich weiß nicht. Hm. So. Wieso killt'n der jetzt alle? Ist der verrückt? Ich kann einen Anholen. Super ist das, ne? Komm. Oh, du Scheiße. Drei. So. Kriege ich den jetzt wenigstens. Tschüss. Oh, jetzt kommt der nächste Kasperl. Bleib unten, Alter. Bleib unten. So. So. So leicht kommst du nicht davon. Ich will mein Geld. Oh, die Schnauze da unten. Ist das nicht überhaupt zufrieden? Aha. Eieiei. Niederschlagen, ne? Zack. So. Sprich mit einem Mann namens Barnabas auf meinem Schiff. Er erwartet dich. Hm. Okay. Du bringst ne hübsche Belohnung ein. Jetzt hab ich dich. Na komm, ja da. Nein, 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 nein. Wie hält denn der aus, oder? Der Irre. Also, jetzt kommt der mit seinem geschissenen Hund an, oder? Kannst du dich noch aufregen. Ich mach mal ein schnitt, ne? Wir sehen uns gleich. Okay, ciao. Also, wir sehen uns gleich. So. 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 Vielen Dank.